Musik Hallo Kinder, hallo ihr, Johnny Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sammy Highway ist jetzt hier. Wir singen und spielen, ja, das ist doch klar. Jetzt sind wir, wir schreien, wir schreien. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr, Sammy Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sammy Highway ist jetzt hier. Wir wollen euch zeigen, was uns Freude macht und wann wir heute reden will. Lauschen wir ganz still. Hallo Kinder, hallo ihr, Sammy Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sammy Highway ist jetzt hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sammy Highway ist jetzt hier. Ja, oh, hallo, wer ist denn da? Bist du ganz alleine? Oh, Kind, du frierst ja. Willst du mit mir mitkommen? Ich bin da, um dir zu helfen. Ich kann dich an einen Ort bringen, wo du ein schönes, warmes Bett hast, warme Kleider und auch viele andere Kinder, die mit dir spielen können. Vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Komm mit. Heute hören wir eine spannende Geschichte. Der Mann, den ihr gerade gesehen habt, spielt die Hauptrolle. Sein Name ist Georg. Georg war ein ganz normales Kind, so wie du auch. Das heißt, ich hoffe, ihr seid nicht ganz so böse und unartig, wie Georg es war. Geboren wurde er 1805, also schon vor über 200 Jahren. Damals sah das Leben noch ganz anders aus als heute. Georgs Vater war Steuerbeamter und hatte sehr viel Geld zu Hause, weil er das immer bei den Leuten einsammelte. Eines Tages geschah Folgendes. Och Mann, ich habe solch einen Hunger auf Süßigkeiten. Aber ich habe mein ganzes Taschengeld das letzte Woche bei einer Wette verloren. Mein Vater ist am anderen Ende des Hauses und war so dumm, die Truhe stehen zu lassen. Mir wird es nicht merken, wenn ich ein bisschen Geld nehme. Wo soll ich das bloß hinmachen? Ich habe es. Ich mache es in meine Socken. Komm so fort wie der Herr. Wo hast du das Geld versteckt? Ich weiß genau, dass hier vorher mehr drin war. Nein, ich habe die Truhe doch nicht mehr angefasst. Zieh deine Weste aus. Und deine Socken? Was haben wir denn hier? Ich wusste, dass du mich bestehst. Ich habe die Truhe extra stehen lassen. Macht es ja nie wieder. Doch Georg besserte sich nicht. Auch nicht, als er schon längst erwachsen geworden war. Im Gegenteil, er trieb es immer schlimmer. Da ist er. Er hat mich betrogen. Nehmen Sie ihn fest. Geh auch kam ins Gefängnis. Als er wieder frei kam, versuchte er sich zu bessern. Doch es gelang ihm nicht. Er betrug schamlos weiter und stahl bei jeder Gelegenheit Geld, das er brauchte, um seine Ziele zu erreichen. Er trank sehr viel Alkohol und trieb sich mit seinen Freunden in Kneipen herum. Tief innerlich war er jedoch unglücklich. Er war klug genug, um zu wissen, dass das Ende eines solchen Lebens schrecklich sein würde. In seiner Verzweiflung fragte er einen Freund, der kürzlich Christ geworden war, ob er ihn zu seinem Hauskreis begleiten dürfte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Georg war sehr bewegt. Noch nie hatte er jemanden so offen beten hören. Der Mann betete so, als würde er mit einem König sprechen und zugleich seinem Herrn. Den ganzen Abend kam Georg aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dieser Abend war der Abend, an dem Georg sein Leben Gott übergab. Alles veränderte sich. Obwohl seine alten Freunde versuchten, ihn zurückzugewinnen, wehrte er es entschieden ab. Eines Tages im Gottesdienst geschah Folgendes. Wir brauchen Missionare. Wir brauchen Menschen, die anderen von Jesus erzählen. Schaut euch die böse Welt an, wie sie geplagt sind von ihren Sünden. Wir brauchen Missionare. Wer ist bereit zu gehen? Mein Gott, liebender Vater, ist das die Berufung, die du für mich hast? Soll ich Missionar werden? Gott berief Georg tatsächlich als Missionar, aber anders, als man es erwarten würde. Zunächst ging Georg nach England, heiratete und arbeitete einige Zeit unter Juden. Dann brach eine schwere Krankheit, genannt Cholera, aus. Hunderte Kinder verloren ihre Eltern und blieben ganz alleine als Waisen zurück. So begann Georg, Waisenhäuser zu öffnen, um den armen Kindern ein Dach über dem Kopf zu geben. Insgesamt gab Georg mit seinen Mitarbeitern über 2000 Kindern ein Zuhause. Doch stellt euch einmal vor, wie viel Essen und Kleider man braucht, um so viele Kinder zu bewirken. Doch Gott ließ sie nie im Stich. Eines Tages zum Beispiel. Mir fehlt das Geld, um Milch für die Säuglinge zu kaufen. Was soll ich nur machen? Ich habe nur noch was hier. Es fehlen nur zwei Pens, um Milch für die Säuglinge kaufen zu können. Aber ich kann die Kinder doch nicht hungern lassen. Ach, lass uns einfach dafür beten. Unser Vater im Himmel wird schon für uns sorgen. Ja, genau. Ach, gütiger Gott und Vater, Herr, du siehst, dass uns nur diese zwei Pens fehlen, um Milch für die Säuglinge zu kaufen. Aber Herr, wir wissen, dass du für uns schon bereitet hast und dass wir nur dir vertrauen müssen. Hab Dank, dass du alles für uns bereithältst. Amen. Wer kann das nur sein? Du kannst dir nicht vorstellen, was gerade passiert ist. An der Tür hat eine arme Witwe geklingelt. Sie hat gesagt, sie hat noch zwei Pens übrig. Und die wollte sie uns schenken für die Kinder. Gelobt sei Gott! Wie gut er ist. Wieso haben wir nur gezweifelt? Gelobt sei der Herr. Ich werde das Geld nehmen und schnell Milch kaufen für die Ewigs. Dann brauchen sie nicht mehr zu hundert. Geschichten dieser Art waren kein Einzelfall. Einmal wussten Georg und seine Mitarbeiter nicht, was sie den Kindern zum Abendessen geben sollten. Ich verstehe nicht, wie du so ruhig bleiben kannst. In zehn Minuten muss das Abendessen serviert werden und wir haben absolut gar nichts, was wir den Kindern geben können. Wir müssen ihnen sagen, dass sie heute eben kein Abendessen bekommen werden. Nein, nein, das werden wir nicht tun. Wir vertrauen weiter auf unseren Gott, dass er den Kindern auch heute Abend eine Mahlzeit bereiten wird. Komm, lass uns ihm vertrauen und weiter für sie beten. Jetzt werden die Kinder schon zum Abendessen gerufen und wir haben immer noch nichts. Vertrau auf Gott. Ich weiß, ich muss vertrauen, aber so eine Situation hatten wir wirklich noch nie. Und es ist zu spät. Was soll Gott jetzt noch tun? Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber ich habe heute unerwartet wenig Brot verkauft und dachte, Sie könnten es vielleicht gebrauchen. Sie hat den Himmel geschickt. Woher wussten Sie denn, dass wir nicht genug Brot hatten für die Kinder? Danke, vielen Dank. Gerne. Wenn Gott die Spatzen im Himmel und die Pflanzen auf der Erde versorgt, wie viel mehr wird er sich dann um uns sorgen? Kurze Zeit später aßen die Kinder ihr Abendbrot, ohne zu ahnen, dass erst vor wenigen Minuten es wie ein Wunder geschehen war. Ich könnte noch viel mehr solcher Erlebnisse erzählen. Als Georg einmal gefragt wurde, woher er das Geld bekam, um so viele Kinder zu versorgen, antwortete er, dass er es vom Herrn bekam. Und das stimmte. Gott versorgte die Arbeit treu. Jeder einzelne Penny kam von Gott. Georg bettelte nie darum, sondern er betete. Und Gott erhörte ihn immer gerade rechtzeitig. Ja, Kinder, aus dieser Geschichte können wir so einige Sachen lernen. Aber anstatt jetzt alles aufzuzählen, was wir heute von dieser Geschichte lernen können, wird es die heutige Preisfrage sein. Also bleibt auf jeden Fall dabei und hört nochmal zu, was eure Aufgabe sein wird, damit ihr möglichst viel aus dieser Geschichte lernen könnt. Weißen wir deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit wandle. Weißen wir deinen Weg, dass ich nach deinem Willen handle. Einen Weg nur kann ich gehen auf der Lebensbahn. Viele Regeln sind zu sehen, die ich wählen kann. Weißen wir deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit wandle. Weißen wir deinen Weg, dass ich nach deinem Willen wandle. Einen Weg, Herr, muss ich wählen in der Bärenzeit. Diese Wahl wird einmal zählen für die Ewigkeit. Weißen wir deinen Weg, dass ich nach deinem Willen wandle. Diesen Weg nur will ich gehen, der zu dir führt. Ich will mutig auf dich sehen, wie es sich gewinnt. Weißen wir deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit wandle. Weißen wir deinen Weg, dass ich nach deinem Willen wandle. Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zur Bibelentdeckerunde. Ja, Weißenkinder, die gibt es sogar noch heute. Und zwar weltweit 140 Millionen. So habe ich es auf der Webseite von SOS Kinderdörfer gelesen. Wörtlich steht da, eine verlässliche Gesamtzahl aller Weißenkinder gibt es nicht. Man geht von ca. 140 Millionen Weißenkindern weltweit aus, so in einer Quelle von der UNICEF. Davon leben 61 Millionen in Asien, 52 Millionen in Afrika, 10 Millionen in Lateinamerika und der Karibik und 7,3 Millionen in Osteuropa und Zentralasien. Also Kinder, 140 Millionen, die keinen Papa und keine Mama haben. Wie wunderbar, dass Georg Müller schon zu seiner Zeit dieses großartige Werk gestartet hat. Und dass es zu allen Zeiten Menschen gab, die sich haben von Gott rufen lassen, um die Not in dieser Welt mit Gottes Hilfe zu lindern. Nun, heute habe ich eine besonders schwere Aufgabe für euch. Ihr sollt uns nämlich schreiben, was ihr aus dieser Geschichte gelernt habt. Ich habe zum Beispiel daraus gelernt, ich kann Gott immer vertrauen. Auch da, wo es so aussieht, dass keine Hilfe da ist, kann ich immer noch Gott vertrauen. Und ihr habt womöglich etwas anderes gelernt. Dann schreibt uns einfach ein oder zwei Sätze und malt dazu, wenn möglich, ein Bild und schickt es an die bekannte E-Mail-Adresse kids-sunny-highway.de und wie immer brauchen wir das bis Dienstag 18 Uhr. So, jetzt kommt aber die Preisverleihung und diesmal hoffe ich wirklich, wirklich, dass du gewinnst. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sunny Highway Preisverleihung. Wie ihr seht, haben wir wunderschönes Wetter und ich und mein kleines Püppchen werden jetzt gleich einen Gewinner ziehen. Also, ich hoffe, dass du gewinnst. Viel Glück! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! und auf Daumen hoch zu drücken! Und dann sehen wir uns nächstes Mal! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es heilt die göttliche Kraft!